Genauso vielfältig und anspruchsvoll wie die Projekte unserer Kunden. Bauer BG42 Alle Bohrgeräte der Bauer Premium Line sind multifunktionale Geräte für unterschiedlichste Anwendungen im Spezialtiefbau. Die sehr gute Umweltverträglichkeit der Maschine mit geringen Lärmemissionswerten und die Erfüllung der neuesten Abgasnorm Tier 4 waren mitentscheidend, die BG42 auf der Großbaustelle Luise-Kieselbach-Platz in München einzusetzen. Die Projekte BG42 und BG46 waren die ersten Projekte, welche wir im Rahmen des Produktentstehungsprozesses bei der BMA abgewickelt haben. Zudem haben wir neue Projektmanagementmethoden angewandt, die uns bei der Zielerreichung maßgeblich unterstützt haben. Das rege Interesse unserer Kunden während der Bauer Hausausstellung im Mai dieses Jahres war das erste Feedback einer erfolgreichen Entwicklung. Trotz ihrer Größe ist die BG42 problemlos zu transportieren. Die stapelbaren Gegengewichtselemente ermöglichen ein optimales Ausbalancieren der Maschine für verschiedene Verfahren. Außerdem wird der Auf- und Abbau der Gegengewichte durch kleinere Einzelelemente deutlich vereinfacht. Die Absturzsicherung mit integrierter Aufstiegsleiter am Oberwagen setzt einen neuen Sicherheitsstandard. Zusatzkomponenten wie Generator, Kompressor und weitere können geschützt und dennoch leicht zugänglich im Oberwagen eingebaut werden. Die Kelly-Stange ist mit einer patentierten Schalldämmung versehen. Zum sicheren und schnellen Rohreinbau kommt der Bauer Automatik-Drehteller zum Einsatz. Ich sitze gerade in der BG42 und sage, das ist ein wunderbares Arbeiten hier. Klimatisierte Kabine, elektrische Fahrsteuerung, super fein zum Fahren, sämtliche Steuerungen an die Joysticks dran und super Displays. Also ich würde sagen, super Arbeiten. Die neu gestaltete Fahrkabine ist mit zahlreichen anwendungsfreundlichen Elementen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ausgestattet. Dazu zählen zum Beispiel die Schiebetür, eine gute Rundumsicht und getönte Glasscheiben, sowie Joysticks mit Multifunktionsbelegung. Rückfahrkameras ermöglichen die Überwachung von Heck- und rechter Geräteseite. Mit einem integrierten Tablet-PC sind nicht nur notwendige Wartungsinformationen schnell zur Hand. Ebenso können Verschleißteillisten und viele weitere Informationen ohne Zeitverzögerung direkt abgerufen werden. Um Seilschäden zu vermeiden, kann der Gerätefahrer die Hauptwinde mit einer Kamera überwachen. Das B-Tronic System 4.1 mit einer modernen und ergonomisch gestalteten Bildschirmanzeige und Kelly-Visualisierung, Anzeige der Windengeschwindigkeiten, sowie der Drehmomente und der Drehzahlen ist ein weiterer Punkt, die Produktivität und Qualität der Arbeiten zu steigern. Die Serviceklappen am Oberwagen sind nach oben faltbar ausgeführt. Eine platzsparende und bedienerfreundliche Lösung. Das neue Vario-Vorschubsystem befähigt den Anwender, das Gerät auf das entsprechende Bohrverfahren, wie zum Beispiel Kelly-Bohren, Single-Pass bzw. Low-Head-Roam, sehr schnell und einfach umzubauen. Die BG42 konnte trotz ihrer Größe sehr schnell in die beengten Baustellenverhältnisse integriert werden. Wir haben einen sehr hohen Sicherheitsstandard auf dieser Baustelle. Die BG42 konnte diesem Sicherheitsstandard voll gerecht werden. Die Sicherheitseinrichtungen am und im Gerät sind sehr positiv erwähnenswert. Wir haben die BG42 zusätzlich geholt, um den Zeitplan einzuhalten. Die BG42 setzt neue Maßstäbe in puncto Bedienkomfort, Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Das herausragendste Merkmal, das die BG42 zum Top-Gerät in ihrer Klasse macht, ist aber die Kraft beim Bohren, beim Verrohren und beim Windenzug. Mit Bauermaschinen erhalten Sie alles aus einer Hand. Ein perfektes Gerät mit großen Kraftreserven und ausgezeichneter Bedienerfreundlichkeit. Bewährte Bohrwerkzeuge, kompetenten Kundenservice und professionelle Anwendungsunterstützung. WDR 2. Untertitelung des ZDF, 2020